Hallo, in diesem Video nur ganz kurz ein kleiner Hinweis auf ein Add-on im Google Chrome beziehungsweise jedem anderen Webbrowser, der auf der gleichen Grundlage arbeitet und weswegen man dort Erweiterungen aus dem Chrome Webstore installieren kann. Das Add-on, das es seit mehreren Jahren gibt, ist jetzt auf einmal auf die böse Seite der Macht gewechselt. Das Thema hatten wir schon öfters und da muss man jetzt nicht unbedingt den Kassandra-Blick haben, um zu wissen, das wird auch künftig noch öfters passieren. Diesmal geht es um das Add-on The Great Suspender. Das Add-on haben wir vor 4,5 Jahren mal vorgestellt und ist eine durchaus sinnvolle Erweiterung für die Nutzer gewesen, die nicht unbedingt viel RAM-Speicher zur Verfügung haben. Der Chrome frisst eine Menge RAM-Speicher und viele Nutzer haben die Möglichkeit genutzt, dass Tabs im Hintergrund, also die, die gerade nicht im Vordergrund zu sehen sind, ich sag jetzt mal in den Schlafmodus versetzt wurden und damit den Arbeitsspeicher wieder freigegeben haben. Also fast fünf Jahre hat das Ganze gut funktioniert und jetzt mit dem letzten Update hat das Add-on Schadware ausgeliefert. Auf die Schnelle konnte ich jetzt noch nicht ermitteln, ob der Entwickler das Add-on verkauft hat oder ob er zum Beispiel an sich selbst eine Lobotomie durchgeführt hat. Aber die Schadware war wohl so übel, dass Chrome sich entschieden hat oder Google die Erweiterung sofort auf allen Kundenrechnern zu entfernen. Ein Hinweis wurde hinterlassen von wegen, das Add-on gibt's nicht mehr, ist jetzt gelöscht worden. War insgesamt über 1,6 Millionen mal installiert. Das ist schon durchaus eine große Basis. Bevor jetzt aber jemand auf die Idee kommt von wegen, naja gut, dann ist ja alles im Lot, das Teil ist entfernt, ich muss mich um nichts kümmern. Nein, nicht ganz, denn die Schadware, die damit ausgeliefert wurde, die hat Passwörter gestohlen. Insoweit lautet die allgemeine Empfehlung, alle Passwörter, die der Chrome kannte, die sollten gelöscht werden. Die Passwörter, die bei Ihnen davon betroffen sind, die kann man relativ schnell abfragen. Dazu einfach hier im Chrome auf unserem Button-Menü die Einstellungen aufrufen. Dann haben wir hier Passwort. So, und wenn wir da reinklicken, dann sehen wir hier alle Passwörter, die hier, beziehungsweise die Accounts, von denen Login und Passwort verfügbar ist. Und die Daten können abgegriffen worden sein, insoweit die also mindestens ändern. Das scheint wichtig zu sein. Okay.